Willkommen zurück bei Hearthstone Iron 4. In der letzten Folge haben wir Sarajevo eingenommen und jetzt bahnen wir uns langsam unseren Weg Richtung Belgrad. Das habe ich euch noch etwas gar nicht gezeigt. Da habe ich auch gar nicht dran gedacht. Hier oben können wir ja den Kriegsschauplatz benennen und was noch wichtiger ist, die Verstärkungspriorität einstellen. Und die, das hier heißt natürlich nicht Kriegsschauplatz 1, sondern Euro Pescher Krieg. Und da stellen wir natürlich die Verstärkungspriorität jetzt auf hoch. Hier sind momentan sieben Divisionen und wir gucken mal. Ja, die Argentinische Garde. Haben wir da schon die Vision? Das sind 5. Ah, hier sind sie doch. Oh. Wir haben schon hier welche. Allerdings sind die natürlich noch Noobs. Was machen wir dann mit diesen 5 Noobs? Wir packen die erstmal hier rein. Und unseren Feldmarschall geben wir die. Und der bildet die erstmal aus. Noch läuft es ja da drüben. Bevor wir die verschiffen. Wie sieht es eigentlich hier überhaupt aus? Die sind regulär. Ja, die sind immer noch ausgebildet. Und der Nachschub. Beziehungsweise. Klicken wir uns auch mal einen an hier. Da fehlen schon 5 Artillerie-Geschütze. Und die Hälfte an Zusatzausrüstung. Motorisiert. Die brauchen... Ja, das habe ich ja ganz vergessen. Ja... Ach, ärgerlich. Wir brauchen natürlich LKWs. Müssen das Ganze hier ummodeln. Erstmal... Die Geschütze gehen erstmal ein bisschen nach unten. 1060 LKWs. Heidewitzka. Höld haben wir. Wir müssen Gummi einhandeln. Erstmal teilen wir das aus. Zack. Jetzt haben wir 2 Fabriken frei. Der Wahnsinn. 3 Fabriken. 3 Gummi. Aber ich will doch nicht wegen Kack 3 Gummi einhandeln. Da bleibt uns nichts anderes über. So, meine Freunde. Wer hat denn mal ein bisschen Gummi für uns? Brasilien. 7 kann sie uns liefern. Okay. Machen wir. Machen wir. Da ist ein Flüsschen. Uh, Panzer. Er holt euch mal ein bisschen. Er hat genug geleistet. Wir warten uns Anfang März. Wollen wir weiterziehen. So, im Morgenraum geht's los. Jetzt sind wir zum Gegenschlag an. Oh, jetzt sind wir schon 18 Uhr. Nein, die Vision. Die anderen sind die Reserve. Die Vision. Okay. Wir sind eh nur Reserve. Die anderen greifen ein. Die Italiener zermürben sich da. Was haben wir hier alles für Wurzeln? Ein Griff aus mehreren Richtungen. Der hat den Entschlüsselungsvorteil. Sturmangriff. Zwei Divisionen von uns sind darin teiligt. So. Japanische Diplomaten in Berlin. Luftnahe unterstützt. Luftnahe Unterstützungsbunierung abgeschlossen. Wo gehen wir jetzt drauf? Landtruck. Was bringt mir jetzt der Ausbildungszeit? Armee minus 10% ist natürlich eine feine Sache. Da gehen wir noch auf Panzer. Erstmal gehen wir hier drauf. Ausrüstungsbemühungen. Ui. Ich habe nochmal ordentlich umgruppiert, aber da unten sind sie dafür. Das Nordseereich ist den Achsenmächten beigetreten. Ist das Dänemark? Yo. Dänemark ist faschistisch und heißt das Nordseereich. Das ist doch hervorragend. Der Bellgrad ist noch so weit weg. Komm, schmeiß die da weg. Schmeiß die da runter. Das ist ein Hügel. So, jetzt aber. Gebt mir jetzt unsere vier erfahrenen Division. Eins, zwei, drei, vier. Die greifen nämlich. Ach so. Das geht gerade nicht. So, jetzt sind die vier da. Alles klar. Das ist es noch. Und das ist echt fast. Die Schüsse. Untertitelung des ZDF, 2020 Geht immer noch da hin Ich habe mir doch gelacht Einen Tag und sechs Stunden noch Und wir sind schon da Dann versuchen wir jetzt Die da oben zu kesseln Jawohl Und zuerst hier Na, die werden doch angegriffen Die sind aber ganz schön angeschlagen Sollten wir ein bisschen warten Achso, ich kann euch auch mal die Verlustzahlen zeigen Sowjetunion hat schon 2,39 Millionen Tote Wir haben bisher 16.000 verloren Ah, Schutzbeteiligung 5%, immerhin Ah, ist aber die Spanier haben mehr So, immerhin ruht euch noch aus Aufklärung 2 Ich kriege die jetzt verbesserte Infanterieausrüstung Hier unterstützt die Mitte Wir brauchen nochmal Unterstützung, Leute Kein Zweck Die sind so ausgepowert Und die drei hier auch Organisiert euch So, Sevastopol ist gefallen Abgewehrt Das Bälle gerade ist echt hart und kämpft Dass wir diesen Kack-Nachschubmangel noch haben Die 4-Divisionen haben die 3 da unten nicht So, sollten wir die jetzt nochmal wagen Wenn wir uns die Panzer da mal unterstützen würden Vielleicht Was machen sie So, wie sieht's jetzt hier aus Ihr seid doch auch halbwegs erholt, oder? 5-Division Dann haben wir den Angriff schon hier abgeschlagen Hier, oder was? Mann, 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 Mann Das hat keinen Zweck Das hat keinen Zweck Und ihr drei Könnt gerade nicht so jetzt, aber Probiert mal um Da ist kein Durchkommen Da ist kein Durchkommen Wir müssen unbedingt mehr forschen In die Dechiffrierung Wir sehen nicht, wie viele Armeen da stehen, ey Boah, die Was? Die marschieren da durch Das kann doch gar nicht sein, ey Das kann doch gar nicht sein, ey Okay. Aber jetzt aber... Mann! Ups. Freize Zivilfabriken. Wir kriegen hier nichts mit. Nichts! Wir brauchen noch Zivilfabriken, glaube ich. Wie sieht's denn aus hier? Ein paar Plätze haben wir ja noch. Erstmal bauen wir noch eine synthetische. Und zwar dort. Dann bauen wir hier noch eine Zivilfabrik. Das sollte dann erstmal reichen. Beziehungsweise wir können dann unsere... Küstenbefestigung hier... Oh, nein, da nicht. Da, da. Da, da, da. 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 Nein, da. So. Armee Umgruppierungsexperte. Moralarmee plus Acht. Halt. Nein. So. Die sind aber zäh, die Jungs. Oh, da sind's jetzt auch wieder. Ach, da ist einer, der hat sich bis dahin zurückgezogen. Gehen wir da hin. Ich habe mich schon gewundert, wo der ist. Oh, ich sehe gerade. Da ist was drin. Jetzt sind wir auf der richtigen Flussseite. Hervorragend. Oh, jetzt aber da. Dann stehen wir schon neben Belgrad. Und die U-Boote. U-Boot 3 ist fertig geworden. Gehen wir da in den Handelskrieg? Nein, das dauert nur noch zu lange. Feldlatsache 2. Panzer dauern mir noch zu lange. Da brauchen wir erst die richtige Doktrin. 154. Erforschen wir das. Ach ja, wir wollten unbedingt. Ganz wichtig. Endlich die Entschlüsselung. Okay, dann holen wir uns Belgrad in der nächsten Runde. Und bis dahin würde ich sagen, macht es gut und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.